Bonsoir, bonsoir aus dem Blé Noir. Das ist nur der erste Part. Es kommt noch ein zweiter Part und ein dritter Part. Der erste Part besteht aus 40 Liter Kürbissuppe. Genauer gesagt, Kürbissuppe aus Hokkaido. Danach setzen wir jetzt 40 Liter Mitternachtsuppe an. Hier kocht auch schon der Fond dafür. Da sind richtig schöne Knochen drin. Und da kommt jetzt Lorbeer rein und Piment, der Jamaika-Pfeffer. Ja, und dann machen wir noch ein Bombay-Curry. Das ist der dritte Part. Was machen wir morgen früh? Mit Reis. Und dann gibt es morgen eine super Weihnachtsfeier. Ich verrate aber nicht, wer unser Kuss ist. Und wenn ihr sowas auch mal wollt, ruft uns an. Wir machen ganz viel Suppen durch. In diesem Sinne, einen schönen Abend aus dem Blé Noir. Merci, au revoir.